So, und jetzt kommt noch ein super geheimer Trick, sozusagen auch so etwas wie ein Tipp. Das werdet ihr sicherlich von anderen bald hören. Und zwar haben wir das ja bisher so gemacht, dass wir Äquivalenzumformung durchgeführt haben. Und ich habe euch gezeigt, dass man das hier in dem Programm machen kann, indem man da länger auf das Gleichheitszeichen tippt und dann eben die Äquivalenzumformung angibt. Und entweder fängt man mit minus 15x an oder plus 4 und zum Beispiel dieses hier eintippt. Man kann das aber auch ein bisschen anders machen, weil, ich führe es gerade mal durch, es ist ja so, dass das Ziel dieser Äquivalenzumformung ist, dass das, was jetzt hier noch oben steht, diese minus 4 dort wegkommt und letztendlich landet diese minus 4 ja quasi auf der anderen Seite, ich vereinfache es mal kurz, als plus 4. Und hier in meinem Werkzeug kann ich das tatsächlich auch direkt so machen, indem ich nicht sage, ich führe eine Äquivalenzumformung durch, sondern, und dazu mache ich jetzt mal die anderen Schritte rückgängig, ich ziehe das quasi einfach direkt drüber. Das heißt, ich fasse mein minus 4 an und ziehe es auf die andere Seite. Und man sieht, aus dem minus 4 wird hier ein plus 4. Das ist jetzt tatsächlich ein Schritt eben weniger, als wenn man das mit den Äquivalenzumformungen unschreibt. Man muss aber immer daran denken, dass hinter diesem Schritt, also hinter dieser Umformung, tatsächlich eine Äquivalenzumformung steht, wie ich das eben schon gezeigt hatte. Ich kann das hier auch noch ein zweites Mal mir hier einfügen, indem ich an den Punkt da einfach ziehe und dann könnte ich das im Vergleich auch aufschreiben. Das ist plus 4. Und dann, mal gerade mal ein bisschen aufräumen, so. Und das ist ja mein Zwischenschritt, der dann letztendlich natürlich zu dem Gleichen führt. Ja, also wenn man das hier in diesem Programm so rüberzieht, muss man eigentlich daran denken, dass das hier so Zwischenschritte sind, die man da eigentlich durchführt. Das können wir vielleicht noch weglassen, weil wir das ja sofort erkennen. Und genauso geht es auch mit dem 7x. Damit ich das aber rüberziehen kann, muss ich aufpassen, wenn ich hier ziehe an der 7, dann wird nur die 7 bewegt und die x hier. Damit ich beides ziehe, müsste ich die Shift- oder die Steuerungstaste drücken oder gleichzeitig die Leertaste drücken. Ups, da ist jetzt irgendwas schiefgegangen. Ich vermute mal, dass das irgendwie nicht so gut geht. Also hier in Moodle klappt das leider wohl nicht mit der Leertaste. Dann nutze ich weiterhin die Großschreibe-Taste, um erst das 7 und das x zu markieren. Und wenn beide blau sind, kann ich sie in einem rüberziehen. In Moodle funktioniert das mit der Leertaste nicht. Normalerweise kann ich mit der Leertaste also einen zusammenhängenden Ausdruck markieren und dann in einem rüberziehen. So geht das eben nicht. Und dann wird hier, wenn ich das rüberziehe, aus der plus 7 eine minus 7x. Also plus 7x minus 7x. Da ist die Zeile davor. Das Ganze vereinfachen und schon habe ich das Ganze, was ich vorhin mit den Äquivalenzumfängungen sehr umständlich machen musste. Aber wir müssen daran denken, letztendlich steckt hinter diesem Schritt, hinter dem Schritt und hinter dem Schritt, immer auch eine Äquivalenzumfängung. Auf beiden Seiten muss ich das Gleiche machen. Es ist halt eine kürzere Überlegung. Und das ist durchaus okay, wenn man sich das so überlegt. Man muss aber eben aufpassen, dass man da nicht zu einfach denkt. Weil manche Operationen lassen sich nicht durchführen. Der Vorteil von dem Craspable Mafia ist, ihr könnt es ausprobieren und gucken, ob es funktioniert. Und das Programm sagt, durch was rauskommt. Und da seht ihr, war das eine gute oder eine schlechte Idee.